Heute geht es um die Grenzen von WhatsApp. Und das sind unsere Themen. Was ist eigentlich WhatsApp? Was kann ich mit WhatsApp machen? Was darf ich mit WhatsApp machen? Und damit hallo und willkommen zur 26. Folge der Online-Geister. Kurz von mir noch schnell nachgeholt. Wir sind jetzt zwei Jahre alt geworden. Zwar schon vor zwei Folgen. Da hatten wir ja unser DSGVO-Special gehabt. Aber das möchte ich noch kurz mit erwähnt haben. Das ist alles wunderbar. Online-Geister Hausmeistereien. Ja, also werten wir kurz aus. Das war ja quasi eine Doppelfolge, die in zwei Instanzen ausgesendet wurde. Folge 24 und 25 daher auch auf der Internetseite geteilt. Online-Geister.com-Folge 024 oder eben Schrägstrich Folge 025. Da sind nochmal alle Infos. Genau. Wir hatten uns da mit dem Thema Datenschutz-Grundverordnung auseinandersetzt. Einmal halt der allgemeine grundlegende Teil. Und in Teil 1 und in Teil 2 dann speziell Hörerfragen, wo wir dann zu Gast hatten, den Landesdatenschutzbeauftragten des Freistaats Thüringen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir getrissen hat, aber mir reicht es jetzt an sich erstmal mit dem Thema Datenschutz für eine Weile. Auf jeden Fall. Auch wenn es ein sehr angenehmer Gast war. Ja, also war ein angenehmer Gast. Lutz, wenn du das hörst, kannst gerne wiederkommen. So ist es auf keinen Fall. Also mir geht es aber, wir haben jetzt inzwischen bei 26 Folgen vier Folgen zum Thema Datenschutz. Ich glaube, wir sind auf dem A aktuellen Stand und haben B genügend Material, auf das wir dann auch referieren können. Das ist aber auch ein wichtiges Thema, was auch heute wieder zur Sprache kommen wird, wenn es um WhatsApp geht, denke ich. Ja, wir werden da zwangsweise auf Datenschutz kommen. Aber gleich mal für euch da draußen. Wir wollen jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte uns wirklich wieder speziell und intensiver auch mit klassischen Social Media auseinandersetzen. Da machen wir heute auch dann direkt den Anfang eben mit WhatsApp. Aber kurz noch ein paar allgemeine News. Die Hausmeisterien haben jetzt eine Weile gelegen, weil wir die Doppelfolge gemacht haben, was auch unsere interne Sommerpause war. Es gab jetzt auch ganz frisch nämlich vom Bundesgerichtshof ein Urteil, dass digitale Erbe wurde endlich geklärt. Tristan, ist dir das bekannt? Ich habe davon gehört, dass man jetzt Facebook-Konten erben kann. Genau, also das genauer gesagt Eltern eines verstorbenen Teenagers, wo halt gemutfasst wurde, ob sie sich nicht vielleicht umgebracht hat oder sonst was. Da wollten die Eltern eben auf das Facebook-Konto Zugriff haben, um zum Beispiel Messenger-Nachrichten auf Hinweise für den Suizid zu prüfen. Und das war so der Nukleus des Ganzen. Und da der BGH jetzt halt auch allgemein urteilt, dass auch diese digitale Korrespondenz wie eben Briefkorrespondenz zu handhaben ist. Also eben WhatsApp, Facebook, alles was ich dort halt reinstelle, das ist wie ein Brief, rein rechtlich. Den Briefe kann ich erben, das kann ich genauso erben. Genauso wie ich ja auch Zeitungsabos erben kann, ergo auch eben Konten bei zum Beispiel Facebook. Das wurde ja so generell, sag ich bisher auch. Man sollte ja sowieso immer aufpassen, wenn man bei Social Media reinstellt, jetzt noch mehr. Man weiß nicht, was einem passieren kann, muss ja kein Selbstmord sein, kann auch ein Unfall sein, der einen ereilt. Wir hoffen es keinem, aber wenn dann die Eltern im privaten Facebook-Konto irgendwas finden, von dem der Sohn oder die Tochter nicht gedacht hat, dass das Eltern irgendwann mal sehen könnten, weiß ich nicht. Ich kenne Leute, die verschiedenste Sachen auf Facebook stehen, von denen ich nicht weiß, ob ihre Eltern das wissen. Es ist aber genauso auch bei Briefen. Also ich finde halt, dass sich das Urteil sehr gut im bisheriges Recht einfügt, dass eben E-Mails werden ja genauso schon wie normale Briefkorrespondenz betrachtet. Messenger jetzt eben auch so. Also ich finde es gut so, schönes Urteil, passt. Ja, ja, ich finde es auch auf jeden Fall richtig. Weil Briefen hast halt auch die Gefahr, dass es halt da Sachen dabei sind, die man eben nicht lesen soll, aber das kann es genauso erben. Also es schafft einfach etwas mehr Rechtsklarheit. Es gibt eine schöne Regel, die ich gelesen habe, dass irgendeine Community oder Content-Managerin hat nur zwei Regeln. Erstens, sei kein Arschloch. Zweitens, schreibe nichts, egal in welcher Korrespondenz, was du nicht für 100 Leute auf der Bühne sagen würdest. Aber da gehst du ja wiederum aus öffentliche Kommunikation bei Content-Managern, bei Öffentlichkeitsarbeit. Aber ist prinzipiell ein guter Ratschlag. So halte ich das auch im privaten Text. Ich würde es niemandem irgendwas erzählen. Also ich will gar kein Geheimnis, also egal, wir müssen ja nicht tiefer gehen. Noch irgendwas, Podcasts, gibt es die Statistiken? Genau, jeder fünfte Deutsche hört inzwischen Podcasts. Also insofern, uns gibt es jetzt seit zwei Jahren, Stand 2016 war gewesen, da waren es gerade mal 14 Prozent, also etwa jeder siebte. Das heißt, wir als Online-Geister haben dazu beigetragen, von 14 auf 22 Prozent hochzuspringen, was den Podcast-Konsum angeht. Vielleicht liegt es daran einfach, dass jetzt einfach jeder zweite und sein Hund einen Podcast machen und ihren Freunden davon erzählen. Und die steigen jetzt plötzlich ein und hören halt irgendwie den Alles-mit-Käse-Podcast. Also der von uns beiden Hund ist, das klären wir dann noch im Privaten. Aber das war nicht nur alles, was da gewesen war. Das war halt einmal eine Bitkom-Studie und bei Social Media-Statistiken habe ich dann noch weitergehende Daten gefunden. Da wurde noch kurz gesagt, wann Podcasts gehört werden, also eben wobei einmal und wann. Wobei, das fand ich ganz interessant, Podcasts, da auch mal eine Frage an die Hörer da draußen. Ihr Online-Geister, hört ihr uns vor allem, wie auch 49 Prozent allgemein, auf Reisen oder unterwegs? Oder hört ihr uns zu 37 Prozent beim Putzen oder beim Aufräumen, im Bett, beim Einschlafen, beim Sport oder aus Langeweile? Die genauen Daten verlinken wir in den Shownotes mit den ganzen Infografiken, aber... Langeweile habe ich eigentlich nicht, dafür habe ich zu viel anderes Zeug zu tun oder weiß mich immer irgendwie zu beschäftigen. Beim Sport, nur wenn ich alleine bin, auf dem Einschlafen kann ich nichts hören. Wenn ich da, sobald ich irgendwie Geräusche habe, kann ich nicht mehr schlafen. Das bildet sich für mich nicht an. Putzen, aufräumen, mache ich zu wenig, um das Podcast mit abarbeiten zu können. So testierst du es. Reisen unterwegs tatsächlich am häufigsten. Ich war erst letzte Woche wieder durch einen Zugausfall, saß ich eine Stunde mit dem Hauptbahnhof rum und musste den Regionalexpress mitten in der Nacht nach Halle nehmen und war drei Stunden später zu Hause als eigentlich geplant. Hab nochmal zwei Podcasts durchgekriegt in der Zeit. War so eine nicht ganz verlorene Zeit. Ist bei mir auch ähnlich, also vor allem unterwegs und beim Putzen, beim Aufräumen. Durchaus auch beim Sport, aber dein Sport eher in Anführungsstrichen. Also wenn ich jetzt Langstrecken radle zum Beispiel, das kannst du in Anführungsstrichen zu Sport zählen, aber für mich ist es eher Reisen unterwegs sein. Aber insofern erstmal interessante Zahlen. Wie die Frage interpretiert wird von den Sporten. Ja, also auch was ist Sporten, aber genauso noch, wann höre ich das Ganze? Das finde ich sehr interessant. Die Hälfte der Befragten hört abends Podcasts. Ich bin eher so ein morgens-mittags-Mensch. Völlig unterschiedlich, weil ich halt die Sachen mache, wann ich sie höre. Ich reise mal morgens, ich reise mal abends. Also ich höre meinen Podcasts aber tendenziell eher morgens, wenn ich halt unterwegs bin. Abends, ja, kommt darauf an. Tendenziell aber eher weniger Podcasts. Okay, das dazu. Jetzt brauchen wir wieder das Ding, ne? Ja, genau, denn wir haben Neues vom Facebook-Daten-Skandal. Denn es hat sich herausgestellt, dass Facebook auch anderen Unternehmen als Cambridge Analytica Zugriff auf Nutzerdaten gegeben hat. Hey! Darunter auch dem chinesischen Halbstaatskonzern Huawei oder Huawei. Wee! Der wird von den US-Behörden als Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet. Und Facebook hat dem Nutzerdaten weitergegeben. Insofern, vielen, vielen Dank. Quelle dafür war ein Beitrag des Deutschlandfunks vom 9.06. gewesen. Verlinken wir euch auch alles in den Shownotes. Meine Meinung nur, good job Facebook, good job. Ja, also ich bin da auch nur noch der Nothalber drauf. Also sobald ich das Bestattative anbieten würde, sobald ich dem Großsterminien des Bekanntenkreises was anbieten kann zur Kommunikation, hauptsächlich zu Veranstaltungen wie Gartenpartys, die stattfinden jetzt bei der Hitze, bin ich ja sofort weg, sobald sich da irgendwas Allentiv anbietet. Ich mochte es eigentlich noch nie so richtig. Und jetzt, wenn der ganze Scheiß da noch oben drauf kommt, ach, nee. Ja, aber ich würde sagen, belassen wir es dabei. Bei der nächsten Meldung wusste ich jetzt nicht, soll ich es reinnehmen oder nicht. Das ist für mich wirklich so Perlen des Influencer-Marketings. Instagrammerin wird vom Hai gebissen. Perlen vor die Clickbaits-Macher. Ja. Selber schuld. Quelle gibt es bei uns. Ich wusste nicht, ob ich es reinnehmen soll, aber diese beispielslose Idiotie möchte ich einfach mal erwähnt haben. So stehen lassen. Auch wenn der Tier dann sich schon ein fast Porcelion-Niveau hat, was schon sehr, sehr bezeichnet ist. Glauben genug Leute, das ist, was die hier steht. Hintergrund war einfach nur, eine Instagrammerin wollte für, ich weiß nicht mal was genau, Werbung machen, aber war deswegen halt irgendeine Südseeinsel oder sonst was. mit Haien schwimmen gewesen, hat sich da so treiben lassen und wurde eben auch gebissen. Ja. Wow, große Überraschung. Habt mehr Respekt vor wilden Tieren. Das sind Haie, das sind Raubtiere, das sind die größten Fleischfresser, die auf unserem Planeten leben. Ich meine, es sind tendenziell, es sind Raubtiere, es sind aber verhältnismäßig friedliche Raubtiere. Also die Menschen an sich tun sie nicht unbedingt was. Mehr Menschen werden jährlich von Kühen getötet als von Haien. Ja, aber man muss sich trotzdem jetzt nicht extra irgendwie, weil es sich immer das Bild eingeguckt hat. Die war halt wirklich direkt über den Haien irgendwie, nicht mal zwei Meter. Und sie hat es wohl überstanden. Also schön, man muss ja jetzt nicht zwingend ihr den Tod wünschen dafür. Das ist schön, dass es halbwegs limpflich ging, außer so halt eine böse aussehende Bisswunde. Aber Leute, man muss nicht für Fotos sein Leben riskieren. Ja, insofern, wie gesagt, belassen wir es dabei. Und eine letzte Meldung, das ist jetzt so ein bisschen in eigener Sache. Ja, die IHK-Vollversammlung, was ist das? Darauf habe ich vorhin nie gehört. Also ich bin jetzt seit Dezember Mitglied der IHK in Halle-Dessau durch eine Unternehmensgründung auch geworden. Und in diesem Jahr findet halt die Wahl zur Vollversammlung statt, quasi der Bundestag der IHK. Ah, da kandidierst du. Genau, da habe ich mich zur Kandidatur aufgestellt. Was ist die IHK nochmal, genau? Die Industrie- und Handelskammer. Ah, ich wusste, den Namen kenne ich irgendwo ja. Genauso wie es ja eine Handwerkskammer, Architektenkammer und so weiter für bestimmte Berufsgruppen gibt, gibt es eben auch die IHK, die Industrie- und Handelskammer, auch eine deutschlandweite Organisation, wo es halt eben auch jetzt zum Beispiel für den Raum Halle und Dessau, genau, es gibt es auch für Magdeburg, für Leipzig, also für Großräume der einzelnen Bundesländer, gibt es dann halt zuständige IHKs und die haben eben auch eine Vollversammlung, ähnlich wie die Vereinten Nationen auch eine haben. Da wird auch regelmäßig dann gewählt. Das ist dieses Jahr nach fünf Jahren wieder der Fall. Da habe ich mich jetzt zur Wahl gestellt und für alle, die vielleicht in der IHK sind und das nicht wussten, erst mal gleich zur Aufklärung. Und ich würde mich freuen, falls ihr mir meine Stimme gebt, aber das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht Mitglied in der IHK, deswegen habe ich davon vorher noch nichts gehört wahrscheinlich, aber ich denke, die Mitglieder werden Wahlbenachrichtigungen erhalten. Und dann sich mal informieren, wer da kandidiert und wer am ehesten eure Interessen in dieser Industrie- und Handelskammer vertritt. Meine Interessen werden jetzt vertreten. Ich versuche ja immer irgendwie was zum Thema Passende zu finden, aber zu WhatsApp kann immer nur WhatsApp-People, so ein Hardcore-Punk-Lied aus Japan in den Sinn, fand ich ein bisschen unpassend für Online-Geister auf Radio Korax. Deswegen habe ich einfach mir ein paar Lieder rausgesucht, die mir persönlich sehr gut gefallen, die ich schon lange mal in der Sendung halten wollte. Unter anderem können wir tanzen gehen mit Hasenscheiße in Monika. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und für euch Podcast-Hörer gibt es einen Hinweis, eine eigene Sache. Social Media ändert alles. Nutzt das. Christian berät und betreut mit seiner Agentur Schriftarchitekt seit 2011 Unternehmen darin, Social Media zu meistern. Social Media, Seminare, Übersetzungen. Jetzt loslegen. www.schrift-architekt.de Wenn ihr euch mal wieder ein bisschen traurig fühlt, denkt einfach an dieses Lied und tanzt ein wenig. Online-Geister. Thema der Sendung. Ja, WhatsApp. Was ist eigentlich WhatsApp? Dürfte eigentlich inzwischen keiner Erklärung mehr bedürfen. Aber der Vollständigkeit halber nochmal, haben wir gesehen, dass inzwischen sogar Duden.de eine Definition für WhatsApp hat. Würdest du jetzt neu googeln, Whatsappen? Das ist eine gute Frage, aber WhatsApp, also gibt es als Begrifflichkeit ja auf jeden Fall. Generell ist WhatsApp ja Nachrichtendienst. Also insofern, Whatsappen wird tendenziell schon eben für Sofortnachrichten schicken verwendet. Also insofern, die Duden-Definition ist, orientiert sich genau auch daran. WhatsApp ist ein Sofortnachrichtendienst für Smartphones. Zweite Bedeutung, haben sie auch noch drin, die eine Nachricht bei WhatsApp. Also eine WhatsApp-Nachricht wird auch schlicht als WhatsApp bezeichnet. Und dann zwei Beispiele. WhatsApp wurde 2009 gegründet oder in einem anderen Satz seid ihr bei WhatsApp. Das ist auch gleich die Überleitung. Sind wir denn bei WhatsApp? Ich habe da mal recherchiert. Ah, Social Media-Statistiken, die haben für alles eine Statistik. Deswegen der Name. Und da gab es jetzt auch ganz taufrisch eine Nutzer ab 13 Jahren, weil Altersgrenze... Aus Juli, von diesem Monat. Genau, also auch wirklich taufrisch. Quellen da sind einmal der Facebook-Werbeanzeigen-Manager. Facebook ist ja die WhatsApp-Mama, das heißt die WhatsApp-Nutzerdaten sind da ja auch mit verzeichnet. Also zumindest, wenn ich jetzt WhatsApp-Nutzer und Werbeanzeigen-Manager erreichen möchte, werden die mir halt eben auch angezeigt. Und da wurde einfach mal ausgerechnet von allen Bundesländern, wie gesagt, Link packt man in die Shownotes mit rein, von allen Bundesländern, wie so die Prozentanteile sind. Also sprich, die WhatsApp-Nutzerzahl wurde dann gerechnet durch die Zahl, durch die Gesamtbevölkerung. Das haben wir vom Statistischen Bundesamt. Darf ich mal kurz die Top 3 durchgehen? Berlin, Platz 1, Hamburg. Okay, junge Stadt, viele Leute wohnen da, da sitzen die Rocket Beans, Internet-Sender betreiben, da ist viel los, Internet, Social Media. Ja, es ist ein Millionenmetropole einfach. Berlin, auch Millionenmetropole, noch viel größer als Hamburg. Hauptstadt, da tobt das Leben. Platz 3, Hessen. Was? Ich würde sagen, das dürfte wahrscheinlich vor allem Frankfurt und Brei-Main-Region sein. Das habe ich vergessen, ja. Frankfurt liegt ja noch in Hessen. Ich denke, bei Hessen immer so ein Kassel, Fulda, Haunetal. Ich war letztens auf den Haunerock. Ein Festival mit 2000 Besuchern in Hessen. Haua. Aber das sind wirklich die ersten drei Plätze. Dann, also weniger häufig als in Hessen wird dann NRW, das sind nur noch etwa 50 Prozent des Ganzen, genutzt. Aber der deutsche Durchschnitt generell liegt übrigens bei 46,2 Prozent oder 38 Millionen der Gesamtbevölkerung, die WhatsApp nutzen. Also 38 Millionen Menschen nutzen WhatsApp in Deutschland. Das sind 46 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dürften vermutlich auch relativ viele internetaffine Leute sein. Also ist die Wahrscheinlichkeit wohl noch höher, dass unsere Hörer WhatsApp nutzen. Ja, insofern die Online-Gasse da draußen. Mal anders gefragt, nutzt ihr WhatsApp nicht? Und warum? Das müsst ihr jetzt nicht zwangsweise gleich begründen, aber würde uns einfach mal interessieren. Und was ich dann wieder interessant finde, das ist ja auch bei dieser Deutschland-Grafik-Übersicht, macht sich so ein Ost-West-Schnitt auch deutlich auf, was die WhatsApp-Nutzung angeht. Mecklenburg-Vorpommern ist auf Platz 11 und damit das niedrigste Bundesland, was noch in diesem mittelblauen Bereich reinfällt in dieser Karte hier. Und dann kommt Bayern kurz darunter. Aber dann Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg bilden die Schlusslichter. Macht natürlich auch Sinn, sind ja alles eher Flächenländer, eher ländlich geprägte Länder. Großstädte sind da eher die Ausnahme. Vielleicht so zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, das ist ja gespickt mit Städten. Fast nur eine einzige Großstadt. Macht bei Bayern auch Sinn, ist ja auch sehr, sehr viel ländlicher Raum dort. Aber es fällt halt irgendwie sehr deutlich auf, dass es so eine Ost-West-Teilung so ein bisschen mit darstellt. Also noch nicht mal irgendwie angegrenzt an Ossi-Wessi-Grenze, also die ehemalige DDR sonst was, weil Mecklenburg-Vorpommern auch so im mittleren Bereich mit reinfällt. Ja, und Bayern auch zu den niederen zählt, also Niederbayern oder so. Also Bayern kann so eine Weise zu Westdeutschland geschlagen werden. Aber das ist wirklich in dem Fall, als würdest du in der Mitte von Deutschland fast einen Schnitt machen. Aber eben rausstechen halt Hessen und die beiden Flächenstaaten. Witzigerweise ist Bremen zwar noch so ein Mittelfeld, auch in der Nähe, aber tschau. Ich vergesse immer, dass Bremen ja ein eigenes Bundesland ist. Ja, Bremen ist immer Hafen. Hamburg, Berlin, was weiß ich noch, oder? Guckst du noch was? Achso, Bremen. Oh, stimmt, Bremen. Aber das erstmal für die Übersicht. Und wir hatten ja schon gesagt, insgesamt nutzen, da schwanken die Zahlen aber auch immer so ein bisschen, zwischen 38 und 40 Millionen. Das ist jetzt zum Beispiel eine andere Statistik von Social Media Statistiken. Basieren auch wieder auf dem Facebook-Advertising-Manager. Das sind jetzt eher absolute Zahlen. Also 28 Millionen auf Android, 27 Millionen auf dem Android-Smartphone. Die WhatsApp nutzen natürlich. Ja, 16 Millionen auf iOS und 15 Millionen auf einem iPhone. Da würde mich der Anteil mal interessieren, weil ich vermute, dass mehr Leute ein Android-Betriebssystem nutzen, als Leute eine iOS benutzen. Ja, das sind ja wirklich in dem Fall die Zahlen hier. Also in dem Fall die Android und WhatsApp nutzen und die iOS und WhatsApp nutzen. Also sind schon komplette Zahlen. Ja, aber nicht anteilig. Du bist halt nicht. Nee, also Nefa trifft beides zu. Android und WhatsApp. Also das ist immer die Voraussetzung WhatsApp-Nutzer. Wir sprechen ja heute über WhatsApp. Also nicht wie viel Prozent der iPhone-Nutzer nutzen auch WhatsApp. Das hast du hier nicht. Nein, aber ich sage mal, das interessiert an der Statistik ja jetzt auch erstmal nicht. Aber könnte man auch nochmal rausfinden, wie viele iOS- und Android-Nutzer es gesamt in Deutschland gibt. Aber ich möchte damit auch nochmal kurz sagen, also da sind wir bei 40 Millionen Gesamtnutzer. 28 Millionen, die Android nutzen. Also auch drei Viertel fast, die Android und WhatsApp haben. Und dann eben Android-Smartphone. Das hat fast wieder gleich auf. Also im Grunde, WhatsApp wird fast ausschließlich bei den Mobiltelefonbetriebssystemen auf dem Smartphone genutzt. Ja, natürlich. Macht natürlich auch Sinn, aber geht auch auf dem Tablet. Hängt aber auch, wenn ich schon überleiten darf, zu einem der Gründe, warum ich kein WhatsApp nutze, zu tun, was WhatsApp Voraussetzungen hat, dass du nämlich ein Smartphone brauchst, um WhatsApp zu nutzen. Es gibt zwar eine Desktop-App, aber die präsentiert ja einen QR-Code, den du mit der Smartphone-App scannen musst, um WhatsApp als Desktop-App zu benutzen. Und als ich mich den Gruppenzwang meiner Theatergruppe zum Beispiel auch beugen wollte, weil die sehr viel über WhatsApp absprechen, kommunizieren, weil es halt jeder hat, gerade unsere Altersklasse. Okay, für die Sachen, ja, okay, und meine Telefonnummer hat Zuckerberg sowieso schon längst, weil die meine Telefonnummer haben und WhatsApp ja alles durchfräst und grast. Wenn ich da zurückhalte, ich fahre mit Social Media aus, das wird nicht so schlimm passieren. Es ging gar nicht, weil ich eben kein Smartphone habe. Ich wollte mir eine Desktop-App installieren, wie ich sie für Telegram habe, um meiner Mutter und meine Schwester zu reden. Das geht aber nicht. Ich kann keine WhatsApp nutzen. Und da frage ich, warum hat WhatsApp diese Voraussetzungen, dass man ein Smartphone haben muss? Legen wir so viel Wert daraus, dein Smartphone-Adressbuch auszulesen, dass sie dich gar nichts anderes nutzen lassen, wenn du es nicht hast? Ja. Okay. Es gibt viele Begründungen. Eine wird sicherlich, generell, WhatsApp hat dieses innerende Problem wie viele andere Messenger, dass du halt eine Telefonnummer brauchst. Das ist bei anderen, also wenn ich mal zum Beispiel als anderen Messenger da auch Folge 004, der Online-Gast, da haben wir uns mit Messengern mal allgemein auseinandengesetzt. Da hat sich auch nicht großartig viel verändert in den letzten zwei Jahren. Wenn ich zum Beispiel mir mal Skype anschaue, da brauche ich nicht zwangsweise eine Telefonnummer. Das kann ich auch mit einer E-Mail-Adresse mich anmelden. Oder bei Discord, dem moderneren Skype, was ich auch mal erwähnt habe. Also ich finde es eher, es sind Alternative zu Slack an der Stelle. Slack kann ich nicht so, aber Discord will halt Teamspeak und Skype und Slack und Ventrilo, was es da alles so gab, als Gamer-Server-Rede-Chat-Programm zusammenführen. Ja, also da wollte ich sowieso mal eine Folge mit dir planen, der wir uns konkret auch damit auseinandersetzen, unter anderem mit Discord. Ja, ja, macht gerade einen riesigen Boom. Alle möglichen Leute haben plötzlich einen Discord-Server zur Aussprache mit ihrer Fan-Community. Aber vielleicht erstmal für die einen Schritt zurück mal gemacht und erstmal für die Übersicht an sich. Wir haben ja schon jetzt geklärt, okay, für WhatsApp brauche ich Smartphone im Normalfall. Also eben, weil ich halt eine Nummer brauche, aber es muss zwangsweise ein Smartphone sein, Tablet, kann ich ja auch SIM-Karten reinstecken, aber ich brauche halt eine Telefonnummer, über die ich erreichbar bin. Ohne geht es nicht, wobei ich auch eine Bekannte habe, die hat sich mit ihrem alten Telefon bei WhatsApp angemeldet, hat dann auf ein neues Smartphone gewechselt, eben mit einer anderen Telefonnummer und dann einfach eben ihr WhatsApp quasi rübergenommen und musste die Telefonnummer nicht irgendwie neu authentifizieren. Das heißt, das ist für mich immer ein bisschen blöd, wenn ich ihr nochmal eine SMS schicke oder sie anrufe, muss ich Nummer A nehmen und ich über WhatsApp schreibe, muss ich gucken, dass es Nummer B ist. Ja, das ist halt nicht erreichbar, aber ich möchte sagen, das geht. Ja, das geht. Es geht auch, wir haben uns Telegram, da brauch ich eine Telefonnummer, aber da hat mein normales Handy ausgereicht, SMS mit einem Code bekommen, sagt Telegram auf dem PC. Schiffri hat das auch gekonnt, die sitzen ja hier in der Nähe. Genau, das ist ein sicherer Messenger, genau bei Teutschenthal. Da war ich zu sicher, weil da hat das mit meiner Autofizierung nicht ganz funktioniert, wollte ich auch Desktop-App benutzen, aber das hat irgendwas schief gelaufen. Da habe ich immer gesagt, na komm, meine Mutter ist bei Telegram, die holt sich jetzt nicht extra noch Schiffri. Ansonsten benutze ich auch gerne die Chatfunktion beim Cloud-Dienst mega, weil das halt auch nochmal sicherer ist, weil mehrfach Verschlüsselung. Und das ist halt einfach so, da ist dieser Messenger, du kannst ja dem auch Video-Audio-Telefonnummer machen und der Messenger ist dann halt einfach eben an dem System hinten mit dran. Also das hat jetzt insofern auch nichts mit Smartphones tun, aber WhatsApp selbst wird ja vor allem auch als was gesehen, also speziell in Deutschland, ist ja sowas wie eine SMS-Konversation, die ich damit führen kann und das hat ja auch zu was anderem geführt. Ja, auch noch eine Statistik, die wir hier reinnehmen von diesem bisschen älter, aber man sieht den deutlichen Abfall der SMS-Nutzung zum Jahr 2013 von 37,8 Prozentpunkt im Vergleich zu 2012. Das ist ziemlich happig. Genau, also in dem Fall sind das jetzt Daten von Dialog, Consult und VATM, die wir da genutzt haben. Stand 2012 der in Deutschland pro Tag verschickten SMS-Nachrichten 162,9 Millionen im Jahr 2012. Pro Tag, also jeder Bundesbürger hat in Schnitt zwei SMS verschickt. Genau, und das ist extrem eingebrochen, eben zu 2013 von 162 auf 101 Millionen, 2014 auf 73 Komma-Millionen. Also der Tod der SMS hängt auch wirklich mit WhatsApp, mit dem Aufkommen der Messenger, allen voran eben WhatsApp zusammen. Also ich kenne es auch sehr gut aus, bekannten Freunden, Familienkreis, gerade auch bei älteren Semestern, wo halt viele Deutsche auch speziell mit Diensten wie Twitter oder Snapchat nichts anfangen können, weil das einfach nicht der Alltagskommunikation da entspricht. Ist es bei WhatsApp aber anders? Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind? Naja, wie gesagt, alle möglichen Gruppen, meine Theatergruppe sprechen sich mit WhatsApp ab, meine Mutter hat irgendeine WhatsApp-Gruppe. Aber wie machen Sie das? Ich bin da nicht drin, also die schreiben, wir sind wie ein Chatroom, kommt mir das irgendwie vor, wenn einer gerade was sagen will, schickt das rein und dann kommt das. Oder ey, ich habe gerade Abend Zeit, wollt ihr euch mal treffen, Spieleabend oder so und dann ploppt das da auf. Aber es ist Chat-Kommunikation im Grunde, also eigentlich wie bei einer SMS, mit Anführungsstrichen, das ja auch passiert. Ja. Und das ist auch das, was die Deutschen dann halt, das sind so Erfahrungswerte, die ich da jetzt einfach gemacht habe, sehr viele Leute betrachten einfach WhatsApp als, ja, ist ja sowas ähnliches wie SMS, aber ist ja über das Internet, ist ja feine Sache. Und das hat sogar so weit sich schon getragen, ich hatte mal einen Bekannten, der wollte mit mir mal einen Trinken gehen, weil wir uns schon noch nicht mehr gesehen hatten. Hatte mir am Donnerstagabend eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ich mache nun mal einfach für meine digitale Entgiftung nicht ständig meine Internetverbindung am Smartphone an, sondern nur, wenn ich will. Und am Abend mache ich das ganze Ding einfach aus, weil ich dann schlafe, da bekomme ich keine SMS oder keine SMS oder sonst was für Nachrichten bekommen. Da bekomme ich bestimmt welche, aber... Ja, aber generell mache ich das Ding einfach aus. Das heißt, am Freitagmorgen habe ich noch nicht geantwortet. Ich mache am Freitagmorgen mein Handy an, kriege von ihm eine SMS mit folgendem Inhalt. Du hast eine WhatsApp-Nachricht. Es wäre auch einfach gewesen, in die SMS nochmal reinzuschreiben, was in der WhatsApp-Nachricht ist. Ja, und es ist nicht so, dass ich in meinem Bekanntenkreis nicht sagen, dass ich WhatsApp nicht regelmäßig nutze. Ich habe sogar in meinem Biotext bei WhatsApp drin stehen. In dringenden Fällen bitte E-Mail oder SMS schicken. Machen sie trotzdem nicht, den meisten. Aber das finde ich sehr, sehr bezeichnend, auch für die WhatsApp-Nutzung, dass halt viele Leute WhatsApp inzwischen als eben auch SMS-Telefonersatz sehen. Ich kriege auch immer häufiger von Leuten Anrufe über WhatsApp, wo ich genau weiß, also... Gibt es da schon richtige Anrufe? Ich kenne die Sprachnachrichten, dass man was anmacht und was drauf spricht. Kann man da auch schon direkt darauf antworten oder quasi Sprachnachricht hin, Sprachnachricht zurück? Du kannst auch richtig telefonieren. Dann vielleicht nochmal für die Übersicht. Okay. Also Tristan, wenn du jetzt WhatsApp nicht so sehr nutzt, schnell Crashkurs. Ich installiere die App, gibt es für iOS und Android, die beiden populären Betriebssysteme. Und WhatsApp gibt es halt eben auch Desktop-Applikationen. Für Windows Phone nicht? Das war eben, weil ich so ein Schlesien nochmal habe. Windows Phone ist tot. Okay. Windows hat auch wirklich Windows Phone eingestellt. Also das ist ein Auslaufmodell. Aber gibt es halt eben als App, gibt es auch als Online-Dienst, aber da brauche ich halt die App dafür. Also ich kriege ja diesen QR-Code, wie du schon gesagt hast. Wenn ich dieses WhatsApp-Web aufrufe, muss den scannen. Und dann funktioniert das nur, solange ich mit meinem Smartphone im Internet bleibe. Das ist ja völlig bescheuert. Und ja, das ist so mein Hauptgrund, weswegen ich immer sage, WhatsApp ist scheiße. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr Online-Geist da draußen, überzeugt mich eines Gegenteils. Diskutiert mit mir. Aber meine Meinung steht da an der Stelle. Ich finde WhatsApp einen unpraktischen Messenger. Aber eben die meisten nutzen es halt. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Das kann man nicht ignorieren. Deswegen, es wird auch der einzige Erfolg sein, weil einmal hat, es war der erste, der populär geworden ist. Alle, viele sind aufgesprungen. Und dann, wenn du mitmachen wolltest, brauchtest du halt WhatsApp. Wenn zehn deiner Freunde schon WhatsApp benutzen und die anderen überlegen, immer einzusteigen, kannst du nicht ankommen und ey, wir können doch auch eine Discord-Gruppe aufmachen. Was ist Discord? Ja, das ist ein Ding im Internet, wo man auch sich miteinander reden kann. Ich glaube, am ehesten wird wahrscheinlich noch Skype, also jetzt außerhalb des Facebook-Rokosystems, wird Skype am ehesten noch eine Alternative sein. Ich kann halt viel die Telegram als Alternative benutzen. Ja, da scheinen sich die Geister auch ziemlich stark. Also Telegram hat ja auch seinen Sitz in Russland. Da sagen auch viele, naja, Sicherheit und mhm, mhm, Skype. Also aktuell vertraue ich Putin mehr als USA. Lass dich mal so stehen als Statement. Aber deinem Gehen sind beide dienst du unsicher. Nee, aber ich kann halt normal Chat machen. Ich kann Sprachnachrichten, Videonachrichten auch sprechen. Also eben alles aufzeichnen, auch Bilder und Videos etc. mitmachen. Und das kann ich aber eben auch mit Video und Audio anrufen machen. Und da gibt es noch die Möglichkeit, zusätzlich kann ich auch Gruppen-Chats aufmachen. Eben die klassischen WhatsApp-Gruppen. Und genauso auch solche Blind-Gruppen. Das nennt sich Broadcast. Sowas wie eine Rund-Mail. Du kannst es verstehen. Bei E-Mail gibt es auch die Variante, du kannst an jemanden schicken und dann im CC und BCC jemanden aufnehmen. Ich habe auch gehört, dass man quasi eine Gruppe aufmachen kann. Und die Leute brauchen nicht mal zuzustimmen. Werden einfach in die Gruppe aufgenommen, bekommt natürlich Nachrichten von Leuten, die sie gar nicht kennen. Das ist immer so. Okay. Du wirst einfach in eine Gruppe aufgenommen. Ob du willst oder nicht. Du kannst die Gruppe wieder schließen für dich. Also du kannst aus der Gruppe austreten, aber du bist erstmal mit drin. Das ist bei Facebook-Gruppen genauso. Ohne dass du gefragt wirst, kannst du in eine aufgenommen werden. Also ich bin ja erstmal generell gegen das Marktmonopol. Gegen das Marktmonopol. Ich bin schon wieder zu fähig über das Marktmonopol. Ich gucke mich immer nach anderen Alternativen um, was es da so gibt. Und vor allem, wenn Leute mir sagen, was ich zu tun habe, weil das machen jetzt irgendwie alle so, finde ich das nicht so fein. Und eine Gruppe, die das schon viel früher gesagt hat, ist Rage Against the Machine, die sich gegen das System stellen wollten. Das ist auch deutlich in ihren Liedern gesagt haben und meinten dann, na gut, wenn du sowas machst, bist du halt nicht ganz richtig im Kopf. Und darüber geht es im Lied Bullet in the Head. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf onlinegeister.com-haftpflichthelden. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Bullet in the Head von Rage Against the Machine beim Onlinegeistern auf Radio Korax. Ein bisschen reden wir noch über WhatsApp. Wir haben gerade darüber gesprochen, was man bei WhatsApp machen kann. Und was kann man noch so machen, außer so lustige Katzen-GIFs zu schicken oder Bilder seines Sohnes, seines Enkels mit Leuten, die ihn nicht sehen wollen, zu teilen. Oder Enkelin oder Tochter. Man kann WhatsApp auch beruflich nutzen, was immer mehr Leute auch machen. Zum einen gibt es bei WhatsApp, ihr habt die Möglichkeit, ich kann 1 zu 1 Chats machen. Bei WhatsApp gibt es ja generell diese Teilung zwischen der Chatfunktion und zwischen der Telefoniefunktion. Du hast da so inzwischen drei Reiter. Ganz links halt die Chats, die Konversationen. Dann in der Mitte den Status. Das ist einfach eine Story-Funktion bei WhatsApp. Ich mache das jetzt aber bei mir parallel auch mal mit auf. Einfach für die Optik darstellen. Also Chats ganz links. Ist hier im Fang im Studio? Ganz in Chats. Nee, das ist jetzt nochmal die für die Optik. Dann Status. Das ist quasi die Story-Funktion bei WhatsApp. Wie du es auch von Instagram, Snapchat und sowas kennst. Also wie es Leute, die von Instagram und Snapchat kennen könnten, ich kenne es nicht. Aber das ist vor allem diese Katzen-GIFs-Sachen drin. Okay. Ich habe festgestellt bei WhatsApp, zumindest in meinem Bekanntenkreis, was früher vor allem diese Rundmails gewesen sind von Das ist dein Glücks-Pinguin des Tages. Teile, ihn um Glück zu bekommen oder irgendwelche Memes oder sonst was, die dann geteilt wurden. Okay, du hast niemals im Büro gearbeitet. Ich glaube, du kennst das wahrscheinlich nicht so. Das ist wirklich so schlimm. Teilweise. Aber das findest du, finde ich bei WhatsApp vor allem in den Status-Sachen mit drin. Und anrufe halt eben, klar, Video- und Audio-Anrufe. Bei Chats hast du ja dann so eine Dreiteilung in 1-zu-1-Chats. Also zwei Leute in Gruppen-Chats mit vielen Leuten. Die kleinen Orgien, an denen alle beteiligt sind. Und dann gibt es noch die Variante des Broadcasts. Also einer redet, viele lesen. Exakt. Wie ein Newsletter. Und genau so wird auch WhatsApp immer häufiger genutzt. Speziell diese Broadcasts werden gerne als so eine Newsletter-Variante genutzt. Also da sind Leute dabei, teilweise auch sehr seriöse Plattformen, die so ein WhatsApp-Newsletter haben, wie beispielsweise der Postleon. Oho, habe ich nicht von Ihnen gedacht. Ja, die ehemalige Wissenschaftssendung Galileo hat eine eigene WhatsApp-Newsletter. Ich selbst mit der Agentur Schriftarchitekt, also genau gesagt mit meinem Newsletter, zwei Minuten, habe einen WhatsApp-Newsletter. Ist das ein offizieller Titel oder hast du es gerade als Gag gemacht, die ehemalige Wissenschaftssendung Galileo? Nein, das ist meine Perspektive auf das Ganze. Hat das jemals Wissenschaft? In den 90ern fand ich schon, dass Armin Abdallah angefangen hat. Aber das ist wieder das persönliche Statement jetzt. Nee, aber ich habe zum Beispiel auch bei meinem E-Mail-Newsletter, zwei Minuten, habe ich auch einen WhatsApp-Ableger. Da verlinke ich eigentlich nur die HTML-Version des Newsletters. Also eher so als Erinnerung das Ganze gedacht. Aber das mache ich. Genauso gibt es auch eine Fleischerei, die hat einen WhatsApp-Newsletter. Und da muss ich sagen, das ist wiederum eine sehr, sehr schöne Variante, die Fleischerei Stroh. Die nehme ich auch immer gerne als Beispiel in meinen Seminaren. und die sendet einmal in der Woche ein Newsletter eben über WhatsApp, über eben diese Broadcast-Funktion mit dem aktuellen Wochenangebot in der Fleischerei. Und da sage ich, das ist eine perfekte Nutzung dieser Funktion. Das ist unaufdringlich, es ist nützlich. Und wenn du es eben nicht mehr rauskannst, kannst du dich halt wieder abmelden. Aber es ist halt kurz, knapp, kein Gedönse für irgendwas. Und wer es braucht, braucht es. Wer nicht, der nicht. Und genau das sollte auch WhatsApp an der Stelle eben sein. Ich glaube, ihr hört es nicht. Aber sollte sich ein leichtes Rauschen einstellen, endet es daran, dass die Technik gerade die Lüftung angestellt hat, was sehr angenehm für uns ist. Das ist leicht kühler, weil in diesem doch immer wärmer werdenden Raum. Und ich hoffe, keinen großen Auswirkungen auf die Audioqualität hat, weil es doch relativ sanft und leise ist. Zum Aufnahmenzeitpunkt haben wir jetzt auch gerade die Hundstage, also insofern die EZ-Tage wurde. Wie viel ist es draußen? 30, 32? Ah, jetzt gerade. Das wird nur besser. Aber kühle Gedanken. Konzentrieren wir uns auf die kalte Technik. Und nochmal kurz zum Datenschutz, oder? Genau gesagt, was darf ich mit WhatsApp alles machen? Datenschutz schwingt da zwangsweise immer mit rein. Also generell kann ich sagen, WhatsApp ist kein sicherer Dienst, einfach durch die Tatsache bei USA. Prinzipiell ist WhatsApp aktuell ein sicherer Dienst, weil Ende zu Ende verschüsselt. Ende zu Ende verschüsselt ist eine super Sache. Per se ist eine super Sache. Und aktuell ist der Stand auch der, dass bei WhatsApp das Ganze nicht geknackt werden kann. Also dass auch WhatsApp bzw. Facebook nicht mitlesen, nicht mitlesen aktuell, aber sie könnten mitlesen. Sie müssen dafür einfach nur ihre Software ein bisschen abändern. Ja, kurz zu, was darf man mit WhatsApp machen? Was darf denn WhatsApp? Weil letzter Stand, wie auch Lutz Hasse meinte, in den letzten beiden Sendungen, ich glaube, die erste, 24 war das, dass WhatsApp ja die Adressbücher aller Mitglieder ausliest und damit auch Telefonnummern und Daten bekommt von Personen, die nicht WhatsApp haben und damit nicht die Datenschutzvereinbarung von WhatsApp zugestimmt haben, ist ja eigentlich illegal. Das Auslesen der Telefonbücher bei WhatsApp ist auch das große Problem. Kann man dagegen irgendwas machen? Du kannst dagegen was machen, indem du halt einfach diese Telefonnummer nicht in dein Adressbuch überführst. Also indem du zum Beispiel zwei getrennte Adressbücher führst. Was quasi analog ist? Oder zwei verschiedene Dienste einfach nimmst. Das eine, das kannst du bei WhatsApp in einspielen, das andere ist halt nicht dafür gedacht, eingespielt zu werden. Na gut, aber ich weiß nicht, also kannst du quasi WhatsApp sagen, da darfst du ran oder da darfst du nicht ran? Also darfst du als Nutzer WhatsApp verbieten, dein Adressbuch auszulesen? Ich kann WhatsApp verbieten, mein Adressbuch auszulesen. Das geht zum Beispiel bei meinem Android-Smartphone, da habe ich Einstellungsmöglichkeiten drin und kann halt in den Freigaben der Einstellungen einstellen, worauf WhatsApp einen Zugriff bekommt und worauf nicht. Und wenn ich zum Beispiel bei meinen Einstellungen das so mache und dann wieder in die App reingehe, sehe ich keine Namen mehr der Leute, mit denen ich da zu tun habe. Ich sehe nur noch die Telefonnummern, mit denen ich bereits Chats gemacht habe. Also sprich, diese Verknüpfung, wo dann eben auch die Namen für die Chat-Titel hergezogen werden. Also ich sehe nicht mehr Lise Müller, ich sehe nur noch 017 irgendwas als Telefonnummer, weil das natürlich noch drin ist, dieser Chat. Aber da sehe ich schon mal, das ist entkoppelt. Also WhatsApp hat keinen direkten Zugriff mehr darauf. Also das geht schon. Das ist auch eine Sache, die ich bei Telegram gestört habe, als sie mich da angemeldet hatte. Auf der Desktop-App kriege ich plötzlich eine Nachricht von meiner kleinen Schwester, ey, du hast ein Smartphone. Und ich habe ihr niemals gesagt, als ich Telegram hatte, die hat mich automatisch gefunden, weil meine Telefonnummer, die sie natürlich hat, plötzlich bei ihr aufgetaucht ist, als hat jetzt Telegram. Und so läuft das dann bei WhatsApp auch. Also wenn einer von deinen Kontakten plötzlich WhatsApp hat, tappelt der bei dir auf, als hat jetzt WhatsApp. WhatsApp indexiert sich komplett bei dir ins Smartphone mit rein. Also wenn ich mein Adressbuch aufmache, dann so einen Einzel-Eintrag aufrufe, habe ich auch immer gleich diesen Hinweis mit dem WhatsApp-Logo, dass eben diese Handynummer zum Beispiel auch bei WhatsApp erreichbar ist. Oder dass ich ja diese Handynummer bei WhatsApp kontaktieren kann. Das ist das große Problem, nämlich auch bei WhatsApp. Da gibt es auch aktuell einen Fall in Niedersachsen. Da hat die Landesdatenschutzbehörde so eine Guideline herausgegeben, weil immer mehr Apotheken, unter anderem Niedersachsen, Rezepte per WhatsApp akzeptieren. Also du machst ein Foto deines Rezeptes per Telefon und schickst dieses Foto dann über WhatsApp an eine spezielle Telefonnummer, die halt der Apotheke gehört. Hoffen natürlich, wenn du dein Rezept abholst, dass du weiterhin das echte Rezept dann auch abgeben musst. Ansonsten wäre das echt scheiße. Aber das geht halt inzwischen. Du guckst gerade schon, dein Nikes Auge zuckt sogar. Ja, das ist alles, weiß nicht, dass so viele Sachen über diese eine App laufen, die eigentlich nur, weiß ich, Leute tauschen sich kurz aus, wenn sie was trinken gehen, passiert. Das hieß ja auch mal irgendwie, dass Anwälte beraten. My sweet summer style. Das geht immer noch schlimmer. Das heißt ja auch, ich sag nur WeChat. Also hier eine ganz traurige Geschichte. 38 Leute nutzen WhatsApp aktiv, aber da WhatsApp ja die... 38 Millionen. Meine ich doch. Die 6 Millionen denkt man sich dazu. Ja. Statistik. Ich habe die 38 gesehen, das Wort hat da vergessen. Also nutzen WhatsApp, ja. Nutzen das aktiv, 38 Millionen, vielleicht sogar bis zu 40, je nach Statistik. Aber da WhatsApp ja das Telefon, das Telefonbuch, die Kontaktdaten von denen ausliest und viele das nicht mal wissen, dass man das irgendwie blocken kann, dass man da aktiv hingehen kann, sagt, nein, WhatsApp darfst du mein Telefonbuch nicht lesen, dass WhatsApp vermutlich bestimmt doppelt so viele Telefonnummern hat. Auch weil viele Leute, die kein WhatsApp haben, ja trotzdem Kontakt haben zu Leuten, die WhatsApp haben. Ich zum Beispiel, zu einer ganzen Menge. Das Problem bei WhatsApp und dann eben auch bei Facebook ist, dass wir das nicht wirklich nachprüfen können, was WhatsApp speichert, was Facebook speichert. Die Unternehmen selbst halten sich da immer sehr bedeckt und dann kommen halt so allgemeine Aussagen, von Facebook zum Beispiel, ihre Daten sind bei WhatsApp sicher oder bei der Anhörung von Mark Zuckerberg vom US-Kongress. Da musste ich mein Team nochmal mit Ihnen zurücksprechen, Herr Senator, das weiß ich jetzt gerade auf der Stelle nicht, ob WhatsApp da die Nutzerdaten ausliest. Haha, natürlich machen das. Aber vieles ist halt gemutmaßt. Die Unternehmen sagen da nicht viel dazu und alles andere, das sind halt nicht immer gesicherte Informationen, die wir da haben, weil viel halt eben auch rumgetestet von Experten ist. Also das ist wirklich eher die Mutmaßung, dass das so und so sein könnte. Ja, wow. Ich würde gerne noch viel mehr darüber reden, wie es mich aufregt, dass man alles dagegen tun kann, aber die Zeit rennt und wir können uns hoffentlich wenigstens irgendwann damit trösten, dass wir am Ende wirklich Freiheit genießen, uns losgelöst von den Ketten auferlegt von WhatsApp. es sind viel zu schnutzige Anmoderationen, aber trotzdem ein ziemlich cooles Lied. Endlich mal wieder Diabolos Jüngerorchestra mit Lady Clandestine Chainbreaker. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneider Kundendienst, stabiles Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinengeister.com slash hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Diabolos Jüngerorchestra mit Lendi Clandestine, Chainbreaker und die Ketten wurden gebrochen. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Quellen und Daten und was wir heute als Anstitistiken benutzt und erwähnt haben, findet man in den Shownotes unter www.onlinengeister.com schrägstrich Folge 026 Folge 26 Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr leidt. Wir schätzen das extrem und wenn nicht gefällt, was ihr hört, bei onlinengeister.com slash Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen und euch einbringen. Genau. Ansonsten schreibt Kommentare, macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Ansonsten war es das dann auch für heute. Tristan, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht es um Sprachassistenten und Smart Voice. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com www.onlinegeister.com